Madame, ich nehme Ihren Wunsch als einen Befehl. So wenig angenehm es mir auch sein wird, will ich also die Geschichte jener meiner Lebenszeit aufschreiben, die nun vorbei ist, nun, wo ich glücklich bin in Liebe und Gesundheit und Jugend. Bequeme Verhältnisse und nicht geringes Vermögen lassen mir Zeit, die ich nicht besser verwenden kann, als dass ich einen schon von der Natur nicht ganz schlechten Verstand übe, der mich auch inmitten der ausgelassensten Lüste und Freuden mehr Erfahrungen überbrauch und Sitte der Welt machen ließ, als es bei Huren allgemein ist. Denn die halten jeden Gedanken für einen schlimmen Feind ihrer Betäubung, sodass sie ihn entweder weit sich fernhalten oder in Stumpfsinn vernichten. Ich mag lange Vorreden nicht und will mich auch weder verteidigen noch entschuldigen. Ich will nur sagen, dass ich mein Leben genau so beschreiben werde, wie ich es geführt habe. Ich will die Wahrheit geben und mir nicht die Mühe nehmen, ihr eine verschleiernde Hülle zu geben. Ich will Umstände und Situationen so beschreiben, wie sie waren und mich nicht darum kümmern, ob ich damit jene Gesetze des Anstandes verletze, die ja auch für die Art unserer beider Beziehungen und Beichten nicht gemacht wurden. Dann haben sie ja auch eine viel zu gute Kenntnis der Wirklichkeit, als dass sie über deren Beschreibung aus Brüderie oder aus Charakter die Nase rümpften. Die geschmackvollsten Leute werden in ihren Privaträumen Bildnisse des Nackten an die Wand zu hängen, sich nicht scheuen, wenn sie es nicht im Treppenhaus tun, so nur, weil sie mit einem allgemeinen Vorurteil rechnen. Das sei Einleitung genug. Ich komme zu meiner Geschichte. Mein Mädchenname war Frances Hill und ich bin von sehr armen, aber, wie ich aufrichtig glaube, grundehrlichen Eltern in einem Dorf nahe bei Liverpool geboren. Mein Vater war gelähmt und fand im Netzmachen einen kümmerlichen Verdienst. Meine Mutter trug das ihre mit einer Kleinmädchenschule bei, die sie hielt. Wir waren viele Kinder, von denen keines lang lebte, bis auf mich, der mir die Natur eine vortreffliche Gesundheit gab. Bis über mein vierzehntes Jahr bestand meine Erziehung in ein bisschen Lesen oder vielmehr Buchstabieren, einem unleserlichen Gekritzel und ein wenig Nähen. Das einzige Fundament meiner Tugend war die völlige Unkenntnis des Lasters und jene scheue Furcht, die uns ganz jungen Mädchen eigen ist, da uns etwas mehr durch seine Neuheit als durch sonst was ängstigt. Von dieser Furcht werden wir meist auf Kosten unserer Unschuld befreit, wenn wir allmählich anfangen, in den Männern nicht mehr die Raubtiere zu sehen, die uns fressen wollen. Zwischen ihrer Schule und den Hausarbeiten hatte meine Mutter wenig Zeit für mich. Und da ihre eigene Naivität nichts Böses kannte, kam ihr auch gar nicht der Gedanke, mich vor etwas zu warnen. Ich war 15 Jahre alt, als mir ein großes Unglück widerfuhr. Meine Eltern starben rasch hintereinander an den Pocken und ließen mich als Weise zurück. Die schlimme Krankheit hatte auch mich überfallen, aber in einer so gelinden Form, dass ich bald außer Gefahr war und ohne Narben davonkam, was ich damals allerdings noch nicht zu schätzen wusste. Ein wenig Zeit und die Unbekümmertheit meines Alters zerstreuten nur bald meinen Schmerz und etwas machte mich endlich ganz gleichgültig gegen ihn. Der Gedanke, nach London in Dienst zu gehen, worin mich eine junge Frauenperson, Esther Davis, bestärkte und versprach, mir da mit Rat und Tat beizustehen. Diese Davis war aus London auf Besuch zu Bekannten gekommen und wollte nach ein paar Tagen wieder in ihre Stellung zurück. Ich hatte niemanden im Dorfe, der sich meiner hätte annehmen oder mir da etwas hätte raten können. Die Frau, die sich nach meiner Elterntode um mich kümmerte, sprach mir zu und so stand mein Entschluss fest, nach London zu gehen, um da mein Glück zu suchen, wie die Redensart heißt, die schon mehr verdorben als glücklich gemacht hat. Esther Davis erzählte mir von dem Prachtvollen, was es alles in London gäbe, den Theatern und Opern und Gebäuden und verdrehte mir damit vollends den Kopf. Ich muss heute lachen, wenn ich an das Staunen denke, womit wir armen Mädel, deren ganzer Sonntagsstaat in einem groben Hemd und wollenen Röckenbestand, Esthers Putz bewunderten. Ihr Alltagskleid, ihre feinen Bänderhauben, ihre silbergestickten Schuhe. Das alles, dachten wir, wächst in London und ich wollte es auch so haben. Esther erzählte mir, es hätten schon viele Mädchen vom Lande sich und ihre Verwandtschaft auf Lebenszeit glücklich gemacht. Manche, die sich gut gehalten hätten, waren von ihren Herren so wohl gelitten gewesen, dass sie sie geheiratet hätten und ihnen Wagen hielten und manche wäre schon Herzogin geworden. Das sei alles Glückssache und sie wüsste nicht, weshalb ich es nicht ebenso treffen könnte wie manche andere. Und so sagte sie noch eine Menge, was mich den Tag der endlichen Abfahrt kaum erwarten ließ. Niemanden hatte ich in dem Dorf. Die alte Frau, die noch die einzige war, die sich um mich kümmerte, tat das ohne Zärtlichkeit, nur so aus Mitleid und Gnade. Aber sie war so freundlich, mir meine paar Habseligkeiten, die mir nach allem noch geblieben waren, in Geld umzusetzen und bei der Abreise gab sie mir mein ganzes Vermögen in die Hand. Es bestand aus einer mageren Garderobe, die sich bequem in eine Schachtel packen ließ und aus 177 Schillingen, die ich in einem Beutel verwahrte. Nie hatte ich so viel Geld besessen und ich konnte mir nicht denken, dass man das durchbringen könnte. Wir saßen in der Kutsche. Die Abschiedstränen kamen mir halb aus Betrübnis, halb aus Freude. Und ist da nicht viel davon zu sagen, wie auch nicht von den Augen, die mir einige von den Passagieren machten. Zu mehr ließ es Esther nicht kommen, die sehr mütterlich auf mich Acht gab und für mich sorgte, was sie sich übrigens damit verrechnete, dass sie mich die Reisekosten für sie bezahlen ließ. Es war spätabends an einem Samstag, als wir mit dem langsamen, obgleich zuletzt mit sechs Pferden bespannten Fuhrwerk in London ankamen. Der Lärm auf den Straßen, durch die wir zu unseren Gasthof fuhren, das Gedränge der Wagen und Menschen, die vielen Häuser, all das machte mich ganz bang vor Staunen, Neugierde und Angst. Wir kamen in dem Gasthof an. Unser Gepäck wird abgeladen und übernommen und ich denke nicht an das, so müde wie ich war, mit meiner Begleiterin unser Zimmer aufzusuchen, als Esther, die während der ganzen Reise so lieb zu mir war, plötzlich ganz fremd und kühl gegen mich ist, gerade so, als fürchtete sie, ich könnte ihr zur Last werden. Stellen Sie sich meine Bestürzung vor. Anstatt mir, die ich doch ganz fremd und ohne einen Menschen in London war, ihren fernem Beistand anzubieten, auf den ich mich doch verlassen hatte, schien sie es völlig genug zu finden, mich begleitet zu haben und küsst mich und verabschiedet sich von mir. Ich war so verwirrt, dass ich kein Wort sagen konnte und stand stumm und wie betäubt. Esther meinte wohl, der Abschied ginge mir nahe und so wollte sie mich damit trösten, dass sie mir gute Ratschläge gab, bald eine Stellung zu suchen, die ich ja leicht finden würde und inzwischen ein besonderes Logis zu nehmen. Ich solle sie dann wissen lassen, wo ich wohne, falls sie mich aufsuchen wolle, und wünschte mir noch viel Glück und dass ich brav bleibe und meinen Verwandten keine Schande machen solle und sie müsse in ihre Stellung zurück. Damit ging sie, und ich war allein und verlassen in dem kleinen Zimmer und heulte mir den Schmerz von der Seele, worauf mir leichter wurde, obgleich sich meine Lage doch in nichts gebessert hatte und ich nicht wusste, was anfangen. Ein kleiner Kellnerjunge trat ein und fragte mich kurz, was zu meinem Verlangen wäre. Ich antwortete ganz ohne zu denken, nichts, und wünschte nur zu wissen, wo ich diese Nacht schlafen könnte. Der Junge sagte, er wolle mit der Frau reden, die auch nach einer kleinen Weile kam. Ohne sich irgendwie um meine Situation zu kümmern, sagte sie nur ganz trocken, Ich könne für einen Schilling ein Bett haben, und morgen könne ich ja dann meine Bekannten aufsuchen. Meine Bekannten? Der stärkste Kummer greift zu seinem Troste nach den erbärmlichsten Gründen. Die bloße Zusicherung eines Nachtlagers war imstande, mich zu beruhigen, und da ich mich schämte, der Wirtin zu gestehen, dass ich in London keinen Menschen habe, nahm ich mir vor, gleich am nächsten Morgen in ein Dienstvermittlungsbüro zu gehen, dessen Adresse mir Esther auf die andere Seite eines Straßenlieders aufgeschrieben hatte, bevor sie ging. Da hoffte ich schon was zu finden, das mich fortbringen konnte, ehe ich meine kleine Barschaft aufgezerrt hätte, und was meine Herkunft und Aufführung betreffe, hatte mir Esther oft gesagt, Ich sollte mich nur auf sie verlassen, sie würde schon darüber Auskunft geben. Und da ich sie so brauchte, kam auch mein Vertrauen zu ihr wieder. Ihr schneller Abschied kam mir nicht mehr sonderbar vor, und ich gab meiner Unerfahrung und Dummheit die Schuld, dass ich ihn erst so empfunden hatte. Am anderen Morgen machte ich mich also nett, als es meine Bauernkleider erlaubten, gab der Wirtin die Schachtel mit meiner Habe zur Verwahrung und ging aus, ohne mich unterwegs von Israel.